Musik 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 Ja, das ist die Getroding-Messanlage, eine lasergeschützte Geschwindigkeitsmessanlage, die in der Lage ist, mehrere Fahrzeuge auf Alpha-Straßen-Gleichzeiten zu erfassen und bei Überschreiten eines gewissen Grenzwertes an das Motor dementsprechend auszulösen. Musik Diese Anlage ist hier in diesem geschützten Trailer eingebaut, das heißt, die ist mit dem Akkupack in der Lage, autark, ohne Personal, fünf Tage zu arbeiten. Das ist die sogenannte LIDER-Einheit. Hier wird der Laserstrahl ausgeschickt und hier fehlen die Lasermessungen statt und die Geschwindigkeitsmessungen. Die Objektive haben wir einmal ein Nahobjektiv für den ersten Fahrstreifen und ein Tele, ein Fernobjektiv für den zweiten und dritten Fahrstreifen. Hier befindet sich der Blitz, mit dem der Innenraum aufgehellt wird, um die Fahrerfotos zu fertigen. Ja, bei Überschreiten einer gewissen Grenze wird dann das Fahrerfoto ausgelöst. Hier wird das Fahrerfotos. Die Vögelwärten einer Wärmutter aufgelöst ist es, die Fahrerfotos ausgelöst. Dann soll er die Schreck Bueno auftauchen. Der LIDER-Einheit wird bei der Innenraum befestigt. Der LIDER-Einheit wird Koblenz aufgelöst. Jetzt wird das Fahrerfotos ausgelöst. Das hat uns dazu veranlasst, in diesem Jahr schon deutlich auch alle Kräfte anzuspannen. 70% mehr Kontrollen durchzuführen. Kontrollen ohne Anhalten sind 70% mehr. Kontrollen mit Anhalten sind 30% mehr Maßnahmen. Aber hier haben wir jetzt ein Gerät, was wir flexibel einsetzen können, insbesondere an Unfallschwerpunkten. Was uns in diesem Jahr Sorge macht, ist, dass wir aufgrund der vielen Baustellen im Gebiet immer wieder Häufungspunkte haben an unterschiedlichen Stellen, wo auch Unfälle passieren. Und da ist es natürlich eine enorme Unterstützung und Hilfe, mit so einem mobilen Gerät an unterschiedlichen Stellen auftreten zu können. Wir wollen in die Köpfe der Verkehrsteilnehmer. Wir wollen insgesamt das Bewusstsein schärfen dafür, wie gefährlich das ist, mit erhöhter Geschwindigkeit zu fahren. Das ist ein Hauptproblem, das wir haben, neben natürlich der Ablenkung durch Handys im Straßenverkehr, was wir auch zum Thema gemacht haben, in diesem Jahr auch deutlich vermehrt. Wir wollen runter von den hohen Zahlen. Die Zahlen, die wir in diesem Jahr haben, trotz verstärkter Maßnahmen, lassen uns im Moment nicht optimistisch in die weitere Entwicklung gucken. Deswegen an allen Stellen zusätzliche Maßnahmen. Das Gerät ist hochmodern ausgerüstet. Es hat zum Beispiel auch Funktionen, um gegen Vandalismus sofort Meldung zu machen. Das heißt, mit diesem Gerät erhoffen wir uns wirklich eine gute, präventive und abschreckende Wirkung. Wann ist für Sie das neue Gerät oder was kann das besser als bisherige Technik? Das Gerät ist in der Lage, autark, ohne Personal, Geschwindigkeitsmessungen rund um die Uhr durchzuführen. An der Messtechnik an sich hat sich nichts geändert. Das Lasermessgerät haben wir auch so im Einsatz, als mobiles Stativgerät. Neu ist jetzt hier an diesem Anhänger, dass das Gerät eben autark arbeiten kann über mehrere Tage hinweg und dann rund um die Uhr. Das heißt, da gibt es keine, gibt es da irgendwie eine Fotobeschränkung, irgendwie nach 20.000 Schuss ist vorbei oder wie muss man sich das vorstellen? Das Gerät misst ganz normal den Verkehrsdurchfluss und diejenigen, die die vorgeschriebene Grenze überschritten haben, die werden fotografiert, wie an jeder anderen Messstelle auch. Die Daten werden abgegriffen und dann im Verkehrskommissariat aufgearbeitet, also Kennzeichenerkennung, Fahrererkennung und dann geht alles in den Verwaltungsgang. Und es wird über Akkubetrieb funktionieren, das heißt, wie lange kann er stehen? So circa fünf Tage, sagt der Hersteller, arbeitet das Gerät autark und dann werden vor Ort nur die Akkus gewechselt und das Gerät arbeitet dann durchgehend weiter. Wie war so die Einarbeitung in das Gerät, so neue Technik? Muss man sich auch erstmal irgendwie mit Software, Hardware auseinandersetzen, oder? Im Prinzip haben wir jetzt, Messtechnik ist nicht neu, da haben wir unsere vorhandene Messtechnik, unsere geschulten Beamten. Neu ist der Anhänger, den wir bekommen haben, den haben wir vom Hersteller übergeben bekommen und eine eintägige Einweisung in die Technik des Anhängers bekommen. Wir stehen jetzt hier und gucken uns an. War es schon in den vergangenen Tagen in Betrieb und wie waren so die ersten Ergebnisse? Der Anhänger ist diese Woche in Betrieb, also ganz frisch seit gestern, in Betrieb gegangen. Über die Ergebnisse können wir noch nichts sagen, leider, weil wir die Fotos noch nicht ausgewertet haben. Und kann man was zu den Kosten sagen? Was kostet dieses Gerät? Also der Hersteller gibt an, das ist das Gerät, das ist lediglich der Anhänger, diese Schutzhülle, diese vandalismus-sichere Schutzhülle für das Messgerät kostet ca. 100.000 Euro. Und dazu dann die Messtechnik, hatten Sie glaube ich gesagt, irgendwie was um die 70, ne? Die Messtechnik, je nachdem welche Ausstattung das hat, aber ich glaube um die 50.000. Okay. Die Spuren können abgegriffen werden? Das Gerät ist in der Lage, bis zu drei Fahrspuren, die wir haben, gleichzeitig zu messen und auch auf allen Spuren die vorhandenen Fahrzeuge zu messen. In welchem regionalen Bereich wird das eingesetzt, räumlich? Es wird im gesamten Bezirk der Autobahnpolizei hier in Dortmund eingesetzt. Das ist der ehemalige Bezirk, die Bezirksregierung Arnsberg. Das geht bis an die hessische Landesgrenze, Eudenberg, Heiger-Burber. Ja, wir haben insgesamt 740 Kilometer Autobahnnetz hier. Das sind schon einige Betriebe. Welche Kommunen? Nein. Echt? Das muss man vielleicht auch immer dazu sagen. Bei der Autobahn ist eine spezielle Rechtsgrundlage, also es ist so, auf der Autobahn darf nur die Polizei blitzen. Das ist ja auf Landstraßen und auf Kreis und auf anderen Straßen anders. Da dürfen die Kommunen und die Kreise ja auch. Das ist bei der Autobahn anders. Und wir haben auf den 740 Kilometern, also es ist immer eine Strecke von Dortmund bis Innsbruck, haben wir nur zwei stationäre Blitzer. Das dürfen die Kommunen, das ist im Kreuz Ruppertal-Nord und das ist hier von der Lennetalbrücke, den kennen Sie vielleicht auch. Das sind die beiden einzigen stationären Blitzer. Ansonsten darf nur die Polizei blitzen. Es ist insbesondere natürlich auch eine echte Kostenersparnis. Also Personalkosten werden eingespart. Ansonsten muss immer mindestens ein Beamter, in der Regel zwei, müssen dabei sein. Hier kann das Gerät einzeln da stehen. Ein Beamter kann den Trailer bedienen und kann das Gerät einsetzen. Und deswegen heißt es auch semi-stationär, ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Aber man kann das versetzen, allerdings steht es dann stationär. Da ist also wie gesagt die Vorteile dabei. Was man noch dazu sagen kann, ist, es wird auch in Bereichen, es ist keine Person dabei. Sie wissen selber, wenn wir hier an der Autowahn stehen, dann bekommen Sie auch ein Gefühl dafür, wie schnell gefahren wird. Die Kollegen haben in der Regel zwar immer eine Leitplanke dazwischen, aber trotzdem ist das vom Gefühl her ein bisschen schlecht. Und bei diesen Geräten ist das so, das steht da und selbst wenn man einen LKW da reinfahren würde, dann ist eben das Gerät kaputt. Da bei den Kollegen passiert nichts. Also es ist eine absolute Verbesserung. Gibt es nur bei der Autobahn, zur Zeit bei der Autobahnpolizei in Köln und in Dortmund. Und wir sind froh, dass wir das haben. Deutschland war in Nordrhein-Westfalen. Ja, Deutschland war in Nordrhein-Westfalen ist ja Vorbild. Es gibt ein paar Kommunen, die haben sich die Dinger gekauft. Ich weiß auch, jetzt habe ich gehört. Ja, allerdings, ihr werdet wissen, das ist nicht auf der Autobahn. Autobahn, es gibt auch eine aktuelle Rechtsprechung dazu. Auf der Autobahn darf eben nur Polizei blitzen. Und wie gesagt, hier sind wir die ersten Behörden. Es hat einen Test gegeben im Land. Da hat sich dieses Modell durchgesetzt. Und das ist dann eben für die beiden Autobahnenpolizeien eingeschafft. Sieht so, das hängt auch ein bisschen davon ab, wenn sie unter 60 Euro liegen, dann kriegen sie es von uns. Wenn sie drüber sind, weil das geht in den Landeshaushalt, allgemeinen Landeshaushalt. Alles, was einen Punkt gibt, das geht zu den Kommunen, zu den Bußgeldstellen. Das ist so ein Unterschied. Aber wie gesagt, hier werden die Bilder gemacht. Das wird über einen Stick, geht das bei uns ins Verkehrskommissariat. Dann müssen die Bilder überprüft werden, ob die was geboren sind. Man kann auch was sagen, wo der Nachteil der Technik ist. Also, normalerweise ist es so, die Kollegen stellen ihre Autos und ihre Radar oder ihre Messanlage auf. Und dann achten sie darauf, wie die Sonne da rein scheint. Hier steht das Gerät und die Erde dreht sich und die Sonne scheint auch schon mal rein. Also, je nachdem, zu wacher Tageszeit, haben sie hier Bilder, die nicht besonders verwertbar sind. Das ist der Nachteil. Deswegen müssen wir, wenn wir die Bilder an die Bußgeldstellen weiter schicken, müssen wir erst mal vorher drauf gucken, ob die Bilder überhaupt was geboren sind. Das macht ja keinen Sinn, wenn der Fahrer nicht identifiziert oder das Grenzteil nicht identifiziert werden kann. Also, wie gesagt, da sind die Kollegen deutlich erfahrener dabei. Aber das ist auch, das muss man ja auch beibedenken. Also, so ein Wetter wie heute mit bedecktem Himmel ist natürlich ideal. Da können sie 24 Stunden am Tag blitzen. Was noch ein entscheidender Vorteil ist, oder was auf jeden Fall noch bemerkenswert ist, Unsere Maßnahmen finden ja überwiegend dann auch statt, wenn der Verkehr ist. Also, wir treffen dann Maßnahmen, wenn die Anzahl der Unfälle hoch ist. Das ist ja die Logik, die allgemein dahinter steht. Das Gerät blitzt natürlich 24 Stunden am Tag. Und das heißt, jetzt haben sie Verkehr, jetzt, weil der rechte Fahrschrauben ziemlich voll ist, wird hier nicht ganz so viel geblitzt. Aber stellen Sie sich das nachts vor, wenn hier einer vorbeikommt, da werden auch die hohen Überschreitungen sein. Das können Sie, glaube ich, auch gut, wenn wir, wir machen es nicht regelmäßig, also nicht häufig, aber doch regelmäßig, wir nachts geblitzt und da sind dann die Tagessieger oder Monatsieger dann dabei. Ja, wahnfrei. Ja, das ist so. Vielleicht, ich muss nochmal eins dazu sagen, so in diesem Zustand werden Sie das Gerät nicht häufig sehen, weil das Gerät, weil hier keine Leitplanke ist. Also, ich sag mal, ein kleiner Fahrfehler und das Ding ist Schrott. Deswegen achten wir schon darauf, dass immer eine Leitplanke dazwischen ist, damit das Gerät auch sicher steht. Also, das ist... Über die Leitplanke kommt er drüber. Man sieht das jetzt auch, der Blitz hier zum Moment wieder fiel. Sobald wir die Lücken da sind, blitzt er auch. Also, als Sie noch eben nicht da waren, als ich mit dem Präsidenten hier war, ich sag mal, der hat innerhalb von einer Minute 20 mal schon geblitzt. Einmal meine Goshet 10 weil wir das gerne haben, Vielen Dank.